Wozu brauche ich eine Signalboje, einen Ellertmarker, wie kann ich sie befüllen und welche Varianten gibt es? All das heute im Video. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute geht es mir um den Ellertmarker. Schon richtig, dass ich in der letzten Zeit etwas mehr in die Richtung Signalboje, Ellertmarker gemacht habe. Aber wir haben aktuell ja das Helzien Set im Angebot, wo ihr Spool und Ellertmarker zusammen günstig kaufen könnt. Verlinke ich euch unten natürlich in der Infobox. Deshalb möchte ich einfach auch um den Ellertmarker herum das vorstellen, damit ihr auch wisst, warum und weshalb ihr so etwas braucht. Eine Signalboje, ein Ellertmarker ist natürlich immer irgendwo dafür da, um ein Signal zu geben. Also ich möchte an der Oberfläche Bescheid geben, wo ich bin. Das kommt aus dem Bootstauchen. Wenn ich also mit dem Boot rausfahre und dort mir etwas unten anschauen möchte, dann kann ich, wenn ich aufsteige, ein Signal geben. Damit weiß der Bootsführer, wo die Taucher im Wasser sind und können sich dann gegebenenfalls auch bemerkbar machen, wenn er einen nicht gleich sieht und dabei Strömungstauchen, wenn ich abgetrieben werde durch die Strömung, dann ist es halt sehr hilfreich, wenn ich mich an der Oberfläche bemerkbar machen kann. Und dazu die Signalbojen mal ganz grundsätzlich da. Also für jeden Bootstauchgang braucht ihr eine Signalboje. Das ist auch bei vielen Booten inzwischen vorgeschrieben, dass ihr ohne Signalboje gar nicht ins Wasser gehen dürft. Wenn ihr zum Beispiel einen Wracktauchgang macht, wo man ja normalerweise die Ankerleine dann wieder hoch geht und dort seine Deko-Stops macht oder seine Sicherheit-Stops macht, dann ist das natürlich kein Problem. Dann bleibt der Ellert-Marker erstmal in der Tasche. Wenn ihr aber die Ankerleine nicht mehr finden solltet oder abgetrieben werdet, dann müsst ihr unter Umständen einen Freiwasseraufstieg machen. Und dann ist eine Signalboje natürlich sehr hilfreich. Einmal wird sehr früh nach oben signalisiert, dass ihr nicht dort rauskommen werdet, wo es vereinbart war. Und das Boot sieht dann auch schon sehr früh, wo jemand ist. Und wenn dann etwas Strömung ist und abgetrieben wird, dann kann man diese Boje natürlich auch viel leichter verfolgen, wenn man sie schon etwas eher gesehen hat. Wenn ihr an der Oberfläche seid, dann könnt ihr die Boje natürlich auch zum Winken verwenden. Und damit ist sie dann nochmal etwas länger und durch die Bewegung führt das Ganze natürlich auch zu mehr Aufmerksamkeit. Die Boje gibt es in verschiedenen Längen, so irgendwie zwischen einem Meter und zwei Metern. Da gibt es dann so die verschiedenen Varianten je nach Hersteller. Ein Standard ist schon irgendwie die einen Meter Boje, weil sie halt sehr klein ist. Also das ist jetzt von Helzern der 3,3 Fuß, ungefähr ein Meter. Eine sehr kleine Boje, die gut in die Anzugtasse passt und dann natürlich leicht mitgenommen werden kann. Wenn ihr etwas mehr wollt, wenn ihr sagt, ich will hier dann halt deutliche Signale nach oben setzen, dann gibt es normalerweise hier diese sehr großen, diese sehr großen Ellertmarker. Die sind dann ungefähr 1,80 Meter lang, sind auch sehr breit, wie ihr seht, doppelt so breit, also doppelt so breit und doppelt so lang. Und damit entsteht natürlich an der Oberfläche eine sehr große Silhouette, mit der man Signal geben kann. Was bei den großen Signalbojen auch oft dran ist, nicht bei allen Herstellern, aber doch oft. Ich mache hier mal auf. Wir haben hier oben dann auch noch eine kleine Tasche mit dran. Hier könnt ihr noch etwas reinstecken und damit etwas mit nach oben schicken. Also wenn ihr ein gewisses Problem habt, wenn ihr etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr eine Seite von den Wet Notes hier reinstecken. Müsst nicht eure kompletten Wet Notes nach oben schicken, um eine Nachricht hinterlassen zu können, sondern da könnt ihr hier gut etwas hineinstecken und dann kann man oben das auch lesen. Und ihr seht schon, das ist dann ein ganz ordentlich langer Ellertmarker und damit kann man natürlich an der Oberfläche sehr viel Signal geben. Dann gibt es von Hälzien noch eine Zwischenlösung. Der ist nur minimal breiter wie der ganz kleine, ist aber auch 1,80 Meter lang. Und insofern eine dünne, lange Boje macht schon auch sehr viel Sinn, weil man sie natürlich leichter befüllen kann. Man kriegt sie leichter voll. Wenn man eben von der Tiefe das Ganze nach oben schickt, dann ist sie durch das kleinere Volumen vielleicht auch wirklich komplett aufgelasen, wenn sie an der Oberfläche ist. Und damit ist das Signal natürlich nochmal deutlicher zu sehen. Normalerweise, wie ihr hier schon seht, ist Rot so die Standardfarbe oder Orange die Standardfarbe, die auch oft an Booten verlangt wird. Es gibt aber auch noch eine Variante. Es gibt den auch in Gelb und relativ neu bezogen auf die ganze Taucherei auch in Pink. Das gibt es jetzt bestimmt auch schon wieder zwei, drei Jahre. Aber es gibt auch manche Größen in Pink. Pink soll mittlerweile sogar den Vorteil haben, nicht nur als Damenmodell gedacht, sondern die Farbe Pink soll man wohl auch ziemlich gut sehen können im Wasser, wenn es auch ein bisschen weiter weg geht. Obwohl man ja Rot so ganz klassischerweise als Signalfarbe sieht, heißt es immer wieder, ich habe es selber so noch nicht ausprobieren können, dass die Pinke sehr, sehr gut im Wasser zu sehen ist. Und auch deshalb vielleicht eine interessante Variante, hier die Pinke zu nehmen. Leider habe ich sie aber gerade nicht da. Wie wird so eine Signalboe denn jetzt befüllt? Die Bojen, die wir verkaufen, sind komplett geschlossene Bojen. Das hat den Vorteil, dass sie an der Oberfläche nicht umkippen können. Also ihr schießt die nach oben und dann, egal was oben passiert, dann bleibt die eben stehen. Bei denen, die unten offen sind, die man mit dem Lungenautomaten befüllen kann. Da kann es eben passieren, dass euch die oben umfällt und dann das Gas entweicht und dann letztendlich die Boje wieder nach unten fällt. Was ja nicht unbedingt das Ganze sinnvoll macht. Nicht nur, weil die Boje dann oben verloren geht, sondern weil ihr dann auf einmal auch sehr viel lose Leine im Wasser habt. Und da kann dann schnell was passieren, dass sich irgendjemand auch wieder in dieser Leine verfängt. Deswegen geschlossene Bojen, aus meiner Sicht die beste Variante. Wie wird diese Boje dann aber befüllt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man das Ganze hier mit dem Mund machen. Das ist auch durchaus eine Standardvariante. Gerade bei den kleinen Bojen, bei den 1,1 Meter Bojen, da bringt man dann auch gut einen Atemzug rein. Das reicht dann auch aus. Also schön einatmen, Lungenautomaten aus dem Mund nehmen und dann hier einmal voll reinblasen und dann das Ganze nach oben schicken. Dann habt ihr einen gut gefühlten Liftback. Wenn ihr etwas mehr reinhaben wollt oder wenn hier gerade diese großen Liftbacks oder wenn ihr dann schon an der Oberfläche seid und seht, der Liftback ist nicht ganz voll, dann kann man auch hier mit dem Inflator-Schlauch befüllen. Normalerweise ist es so gedacht, dass man den Trocki-Inflator dann zuher nimmt. Er ist hier leichter abzuklicksen wie der Wing-Inflator und er ist auch meistens vom Schlauch her länger, sodass man sich hier deutlich leichter tut. Und dann kann man hier das Ganze draufstecken und durch draufstecken wird dann die Boje befüllt. Das Ganze ist so gebaut, dass das hier nicht einrasten kann, also nicht wie bei einem Wing, wo das dann klack macht und fest verbunden ist, sondern hier steckt ihr das drauf und es arretiert sich nicht, es wird nicht fest. Das sind die zwei Varianten, wie ihr eine Signalboje befüllen könnt. Das gilt natürlich genauso, wenn ihr eine Boje, einen Liftback befüllt. Da ist es dann auch so, dass das Volumen meistens viel größer ist und dann macht es natürlich schon Sinn, wenn man das Ganze hier mit dem Schlauch befüllen kann und nicht mit dem Mund befüllen muss. Natürlich haben diese Signalbojen dann auch alle ein Überdruckventil. Wenn zu viel drin sein sollte, ist es nicht so, dass das ganze Ding dann platzt und wieder nicht funktioniert, sondern dann wird hier über das Überdruckventil das überschüssige Gas abgegeben und die Boje steht schön oben an der Oberfläche. Also auch hier könnt ihr nichts falsch machen, dass ihr zu viel an Gas in die Boje pusten würdet. Jetzt wisst ihr, warum es notwendig ist, dass man eine Signalboje mit dabei hat, gerade beim Bootstauchen. Das Helzern hat hier wirklich auch noch einen sehr guten Inflator, wo ihr euch sehr leicht tut, das Ganze zu befüllen. Das ist groß, das kann man in die Hand nehmen, da muss auch nichts gedrückt werden, da pustet man einfach rein. Also eine schöne Sache, die es hier von Helzern gibt und jetzt eben im Angebot, wie ich euch schon gesagt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.